Schnellleoporten vor Schnellleoporten vor Die Schnellleoporten, die Sie hier sehen, sind vom 13. Juni. Das heißt also gute zwei Monate sind sie jetzt alt. Es sind zwei Jungen, die hier geboren wurden. Ja und wir sind recht erfreut über diese Nachzucht, denn der Schnellleoport ist eine Katzenform, die in der Natur große Probleme hat. Wegen dieses herrlichen Fels, was Sie ja auch bei den Jungtieren hier schon sehen, werden sie verfolgt und obwohl sie gesetzlich geschützt sind, werden sie gewildert nach wie vor, sodass zum Beispiel der NABU ja in Kirgisien ein großes Programm unterstützt. Und wichtig ist es, dass wir eben eine stabile Zoopopulation haben und keinerlei Tiere mehr aus der Natur entnehmen müssen. Die wartet jetzt bis Mama hochkommt. Die Schnellleoporten 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 Vielen Dank.